Hi, ich bin Jan vom Kanal The Barista Game und auf meinem Kanal dreht sich alles um eins, und zwar Kaffee. In meinen Videos findest du Tipps und Tricks zum Kaffee brühen und ganz besonders im Umgang mit dem Siebträger. Von Workflow-Tipps bis zum Milchschäumen über lohnenden Equipment-Upgrades findest du vieles auf meinem Kanal. Espresso, der nach Blaubeere oder Zartbitter-Schokolade schmecken kann, wir holen alles aus der Bohne raus, aber aufgepasst. Häufig wird's auch ein wenig nerdig. Darauf muss man immer gefasst sein. Viel Spaß beim Durchklicken und fang doch dabei direkt mit dieser Playlist hier an. Damit wirst du zum richtigen Homebarista. Um keine Videos zu verpassen, abonnier doch gerne den Kanal und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video wieder.